Es ist ein einfaches Tool, um die Motivation zu steigern. Es hat auch Vorteile für die Firma, nicht nur, dass die Mitarbeiter gesünder leben. Wichtig ist halt, diese Belohnung und diese Bindung an die Firma könnte eine gute Sache sein für jede Firma, die sich jetzt in Zeiten, wo der Arbeitsmarkt schwierig wird, die Mitarbeiter stärker an sich zu binden. Und mit solchen Sachen kann man das machen.